Hallo zusammen, ich bin Livia Binzecker und bin Rizani. Ich spiele bei den Moskitos bei GZK Lions. Im Februar 2019 habe ich die Riesenmöglichkeit, mit dem U15 Girls Team an ein internationales Turnier in Kanada zu gehen. Für den Traum und die Riesenchance bitte ich euch um mich zu unterstützen und um eure Hilfe. Danke! Untertitelung des ZDF, 2020